Nachdenkseiten Die kritische Website US-Putsche – das Bolton-Interview entlarvt auch deutsche Medien Ein Kommentar von Tobias Riegel Mit Putschversuchen im Ausland hat der ehemalige US-Sicherheitsberater John Bolton in einem Interview geradezu geprahlt. Die gespielte Aufregung einiger großer Medien über die Äußerungen ist eine Farce. Mit dieser angeblichen Überraschung der Redaktionen soll zweierlei kaschiert werden. Zum einen, dass Einmischungen der USA in andere Länder ein allgemein bekannter Bestandteil der US-Politik sind. Zum anderen, dass diese US-Interventionen oft von jenen Medien freundlich begleitet wurden, die sich nun überrascht geben. Der Spiegel berichtet aktuell von einer großen Empörung nach einem CNN-Interview mit Ex-US-Sicherheitsberater John Bolton. Der Aufschrei ist groß. Die Aussagen Boltons würden nun in den USA und international heiß diskutiert. Laut dem Spiegel-Artikel hat Bolton bei einem Interview für den US-Sender CNN zugegeben, beim Vorbereiten von Regierungsumstürzen mitgewirkt zu haben. Es sei eine Menge Arbeit, einen Putsch zu organisieren, sagte Bolton im US-Sender CNN. Und er sage das, als jemand, der geholfen hat, coup d'etats zu planen, nicht hier, aber an anderen Orten. Mit der Antwort hatte Bolton auf die Frage reagiert, ob der ehemalige US-Präsident Donald Trump den Sturm auf das US-Kapitol vorbereitet hatte. Hier soll es aber nicht zuerst um die Dreistigkeit und die Eitelkeit Boltons gehen, sich mit Putschversuchen im Ausland geradezu zu brüsten. Sondern es soll thematisiert werden, wie etwa der Spiegel, exemplarisch für viele weitere Medien, bemüht ist, sich von Boltons Aussage zu distanzieren, indem er sich überrascht von den Inhalten zeigt, obwohl diese Inhalte sehr vertraut sein müssten. Schließlich haben manche große Medien solche US-Einmischungen oft freundlich begleitet und sich oft geweigert, die jeweils in anderen Ländern hochgeschriebenen Unruhen als Putschversuche einzuordnen. Zum Beispiel in Venezuela 2019 oder in der Ukraine 2014. Der Spiegel und die vermuteten US-Einmischungen So schreibt der Spiegel über den versuchten Regimumsturz in Venezuela in 2019 und Boltons Rolle so, als habe das Magazin mit den beschriebenen Vorgängen gar nichts zu tun. Zitat 2019 hatte Bolton die venezolanische Gegenregierung von Juan Guaido öffentlich unterstützt. Guaido hatte mithilfe von Söldnern versucht, das Regime von Nicolás Maduro zu stürzen, scheiterte aber. Bolton sagte nun, man habe nicht sehr viel damit zu tun gehabt. Zitat Ende Die Aussagen Boltons würden nun kontrovers diskutiert, so der Spiegel. Erneut, Zitat Kritikerinnen und Kritiker sehen hingegen einen Beweis für die lange vermutete Einmischung von US-Geheimdiensten in fremde Regierungen. Zitat Ende Diese Naivität ist vermutlich gespielt. Der Spiegel und viele weitere große deutsche Medien waren nämlich ziemlich nah dran an den Vorgängen 2019 in Venezuela und dem Übergangspräsidenten einer Gegenregierung von US-Gnaden Juan Guaido, der sich mit Söldnern an die Macht putschen wollte. Man müsste sagen, ungebührlich nah dran. Hier folgen einige willkürlich ausgewählte Artikel unter vielen, die zeigen, was der Spiegel der demokratischen Farce mit dem Übergangspräsidenten für eine breite Bühne geboten hat. Wichtiges Stilmittel ist dabei, militante Aktivisten in abtrünnigen Ländern, die an der Wahlurne wenig Chancen haben, zu einer legitimen Opposition umzutaufen. Dieses Mittel in der Berichterstattung war bei vielen großen westlichen Medien unter anderem im Zusammenhang mit den Einmischungen in Venezuela, in der Ukraine und in Syrien zu beobachten. Dass diese Aktivisten bei ähnlichem Verhalten in Deutschland umgehend zu rechtsradikalen Terroristen erklärt würden, scheint dieser Art der Berichterstattung nicht im Wege zu stehen. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass diese Art Artikel durchaus im Sinne des Umstürzlers Bolton waren. Doch was müsste geschehen, damit das Militär die Seiten wechselt? Sanktionen gegen einzelne Mitglieder des Regimes würden die Diktatur empfindlich treffen, sagt Maduro-Gegner Leopold Lopez. Doch was müsste geschehen, damit das Militär die Seiten wechselt? Juan Guaido rief zur Revolte auf, doch die meisten Soldaten sind ihm nicht gefolgt. Verloren hat die venezolanische Opposition deshalb aber noch lange nicht, denn auch Autokrat Maduro schwächelt. Juan Guaido hat internationale Unterstützung, Nicolás Maduro die des Militärs. Der Machtkampf in Venezuela geht nach der Reise des Oppositionsführers weiter. Guaido hofft nun, dass US-Präsident Trump sein Wort hält. Die toten Helden vom Maidan Auch bei mindestens einem anderen, in diesem Fall erfolgreichen Umsturz, ließ die Redaktion des Spiegel, wie viele andere große deutsche Medien, eine angemessene Distanz zu den undemokratischen Vorgängen vermissen. Beim Maidan 2014. Auch dort schlug man sich manchmal ziemlich eindeutig auf die oppositionelle Seite. Revolutionssängerin Ruslava, Kiews Königin der Nacht Kiews Barrikadenbauer träumen vom Sieg Gestorben für die Revolution, die toten Helden vom Maidan Es gibt auch internationale Reaktionen auf das Bolton-Interview. Der Ex-Präsident von Bolivien, Evo Morales, twitterte laut Spiegel die Aussage zeige, dass die USA der schlimmste Feind der Demokratie seien. Mit angemessener Kühle reagierte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Die Aussagen seien keine Überraschung und bestätigten ziemlich genau das US-Regelwerk. Wie sehen unsere Leser die Rolle einiger deutscher Medien bei Unruhen im Ausland, etwa während des Maidan oder in Venezuela? Wurden hier undemokratische Umsturzversuche im Sinne John Boltons unterstützt? Oder ging es um Solidarität mit legitimen Oppositionsbewegungen? Schreiben Sie uns an leserbriefe.nachdenkseiten.de Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Deine 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 Vielen Dank.